ich grüße dich schön dass du eingeschalten hast ja morgen der erste mai ein feiertag da wird jetzt kein video von mir gemacht ich finde am feiertag sollte man sich öfters ausrasten und ich finde es mega mega wichtig dass sich die leute am feiertag so wie am wochenende sich ausrasten und sich an den nächsten angehörigen denken und mit denen was unternimmt und ich wäre eigentlich mehr dafür dass die menschen das tun was sie gerne möchten aber man soll ja nicht schließlich die kirche im dorf lassen und und das dorf nicht in der kirche ich wünsche euch in dem sinne noch einen angenehmen feiertag mich gibt es dann wieder am donnerstag und freitag dann wieder wochenende und dann geht es immer bergauf 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 wie auch immer und ich würde mich auf mehr zu sehr und zu sehr innen freuen ich bin mal weg